Birgit war eine attraktive junge Frau. Sie war fröhlich, sie war lebensbejahend. Wir haben nicht gewusst, was es gewesen ist. Wo ist Birgit? In der Nähe von Lüneburg wurden innerhalb von wenigen Wochen vier Menschen ermordet. Die Grippe geht davon aus, dass beide Verbrechen von einem und demselben Mann verübt worden sind. Da hat sie mir erzählt, dass sie bei den Nachbarn zur Geburtstagsfeier eingeladen war und dass eben auch der Gärtner auf dieser Geburtstagsfeier war. Was? Was ist das für einer? Was hat der alles schon auf dem Kerbwurz? Herr Wichmann, wo haben Sie Birgit Meier kennengelernt? Und dann fragen die nach einem Alibi und dann sagt er, ich führe meinen Hund aus. Das ist ja jemand, der schon schwere Straftaten begangen hat. Und das war Wichmann auf der Flucht. Und dann fragt man sich natürlich, warum fliegt er dann? Ihr jagt den Falschen. Aber irgendwo Dreck am Stecken hat. Was ist eigentlich mit den Akten, mit den Asservaten genauer gesagt? Die existieren nicht mehr. Vielleicht wollte sie ihn entsprechend erpressen. Wo ist meine Schwester? Und was ist ihr widerfahren? Wo ist das? 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 Wo ist das?